Hallo liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde! Aus der großen Gruppe der Mohngewächse, so wie kalifornischer Mohn oder Glatschmohn, möchte ich euch heute den Schlafmohn vorstellen. Er trägt den botanischen Namen Papava somnifera und Vorsicht, er ist in Deutschland für Privatpersonen verboten. Nichtsdestotrotz möchte ich euch diese Pflanze nicht vorenthalten, da sie einfach wunderschön ist und sehr schön in bäuerliche Gärten oder in Gemüsegärten oder einfach in Blumenbeete passt. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Über Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Gartentag und bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!